Brauch ich die zweimal Da, da Ach, wir nehmen einfach Glück Ich nehm die einfach mit hier So, ziehst du hier einfach eigentlich einen Block? Welchen Block? Oh, so einen Block platziert Wo? Hä? Vor den Thun Hä, willst du mich verarschen? Achso, der kann vielleicht durchgebeamt sein Das freu ich nicht Komma Jaa Mini-Me Das hab ich auch im Mini-Me Wie ein hässiger Flash Jetzt mach ich dir doch das Mach doch die nicht an Wo hast du die ganze Kohle denn hingetan? In die Truhe unten Wie in der Truhe unten In die Truhe rein Ganz rechts ist da in der Truhe mit Kohle Und so ein Quatsch Hä? Wieso hab ich das grad nicht gesehen? Weil du blind warst Und weil's da nicht sortiert ist Und das auch Und vielleicht Und vielleicht Jaa Sollte man vielleicht Vielleicht auch nicht So Mein O-Ed's dann fertig Und dann Machen wir Machen wir heute Fe-fe-fe-feier-deh Jaa Oh mein PC möchte auch schon eine Wartung haben Genau wie mein Kopf Ne Behinderd ich weiß Achmal Obsidian Hab ich für dich Produziert Kostenspielig Braucht gar kein Obsidian mehr Ja und kann man behalten Dann kann ich noch paar Tanks machen Für später Dann halte ich's im Inventar So Wenn das mal schaut Wenn du das so haben möchtest Dann halte ich's halt in der Inventar Ähh Was kann man hier rein? Chemiezeug Coins Was brauchen wir da druf Blöcke zum bauen Und dann Glasblock Ja Lele finanschmer 40 coins Hm? Nee F..fr..f..f..fr..f..kiens 100 prozent ist ein bisschen schwer aber das kriegt man muss noch drei quest machen dann ist dann geht fertig sind und die dailies oder tagesquests steht forever alone ja wir haben wieder in den ersten floor ja also 1 2 3 über zwei stück waren das ne was das kriegt das zwei stück sind sind das teilt im dioxid ok man kriegt jedes mal anders was raus also den clay kann ich auch sogar herstellen wenn wir für die quest machen wenn ich weiß nicht wenn du sie noch machen willst müssen ja auch meinen die fertig kriegen dann brauche ich 200 alu 200 200 500 das wird heftig 400 davon hydrox hydroxid 400 stück die kann ich sogar herstellen ich hatte so viele quest gemacht wie ich noch machen konnte was sonst auch gehen mann mental lern wenn du sagst du penis weil ich bock hatte darum einfach vielleicht hätte er zum aluminium musst du denn noch fertig gemacht bei chemie hast du dich schon abgegeben oder bekomme ich die nur wenn ich diese tages geste machen ja wahrscheinlich in welchen ärzten herzen ja also abgenommen oder was hätte ich gemacht ach so drüben die andere wasser eigentlich warum hast du eigentlich so ein teil hier geklaut was ist weil ich doch gesagt habe das brauche ich ja und interessiert mich nicht für die drücken hat wichtiger handy ob die jetzt mit einem weniger läuft vielleicht nicht das ding wird doch eh nicht voll das ist doch voll wumpe weil ihm ist das nicht wumpe du arsch ja klar die wird doch eh nicht voll der zieht aus irgendeinem alles raus du könntest auch nur einen nehmen der pump ist ja nur rein ist das nicht so geht das aber schneller du arsch naja ob es schneller geht als im haus na du glaubst mir jetzt nicht aber das ist so lass den tank mal einfach jetzt mal volllaufen aber jetzt auf einmal tanken volllaufen lassen na sicher jetzt kommt der feine her oh egal ob sie denn kann raus jetzt warte ich nur noch auf dich und fahrst auf die clay quest machst du doch nicht jetzt geht doch schnell produziert er doch nebenbei hier das hier wir machen jetzt ende jetzt auf A total können wir die clay quest auch noch zu ende machen na aber ist er auch weg dann ist er fertig produziert das schon hier kann auf A2 überproduzieren dann produziert das schneller ein H ein H ein O ja da sind wir schneller ddddn s 200 oder nicht? Dr. Ritomi Besser zu bestimmen 0, 134, 0 Das eine muss fertig werden knapp beenden dann macht es über nacht fertig Ja Das ist wieder zu langsam geht hier Nur die schnell produzieren hier Das sind schon passenweise Aber der Zentus möchte ja aufhören Dann hören wir jetzt auf Ja weil wir extrem gesuchtet haben Ach quatsch Guck wie das Wasser leer geht Wo bist du denn? Da Ja siehst du jetzt erzähl mir nicht dass das mit Mit 4 noch schneller gehen soll Das leer wirds eh Na gut Leute damit würden wir sagen Wir beenden in der Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Meteory Energy Ciao Ciao Tschüss